Wo soll's hingehen? Bis zur Rennstation. Weiter geht's ja nicht. Ich kann mich nicht erinnern, wo ich hergekommen bin. Was soll ich mit dem Kerl, ne? Der ist brochen. Das wächst sich aus. Wie alles im Leben. Und ich weiß auch nicht, wo ich hingehe. Wenn du mich schlagst, bring ich dich um. Du hinkst. Im Tal vielleicht. Am Berg bin ich der Einzige, der gerade geht. Aber dazwischen denke ich an das, was war und an das, was hätte sein können. Die Berge schauen aus wie die Porzellan. Ich zahle das nicht mehr aus. Manches hat sich erfüllt. Da wird einiges wachsen. Es wird was wachsen. Und es wird was Wunderbares sein. Andreas Egger, ich erkläre Sie hiermit für kriegstauglich. Vieles ist mir, kaum dass ich es hatte, aus den Händen gerissen worden. Das ist mir, kaum dass ich es hatte, aus den Händen gerissen. Und wenn ich nicht so müde wäre, dann könnte ich lachen vor reinem Glück. Das ist mir, ganz schön. Bis gleich. Vielen Dank.